hallo grüß euch hier ist der bennett von ruta täusche das dabei hat mich freut und was mich ganz toll freut unser otter matton jetzt schon angedeutet es ist endlich die heiß ersehnte große lieferung gekommen und auspack video oder hole messer ist hier fangen wir mit dem kleinen aber feinen an was heißt klein klein ist jetzt auch ein bisschen untertrieben aber mal ein paar tipps am rande und wenn wir den kübel mir ist übel oder ist jetzt von mir selbst ausgedachte sache was ist der beliebteste wagen auf dem baller mann der kübelwagen und zwar von kobe den kübelwagen im maßstab 1 zu 12 passend zu einem anderen fahrzeug endlich bei uns eingetroffen leider nicht im online shop weil der online shop keine exklusiven modelle von kobe akzeptiert zumindest bisher noch nicht also wer ihn haben will einfach eine e mail schreiben leider haben wir nicht allzu viel bekommen aber besser etwas als gar nichts damit jetzt platz auf ihrer keine ahnung welche seite weil spiegel verkehrt rechten seite der herausforderer der einzigartige allseits bekannte bernhard zölz von router toys mit seinem aufmachmesserchen auf der linken seite der champion der frisch eingeflogen aus polen mit lkw von kobe der und jetzt machen wir es ein bisschen spannender bitte kein messer verwenden beim aufschneiden es könnte jemand zu schaden kommen der champion unser ich werde wahrscheinlich gar nicht raus bringen mit einmal das schwergewicht der aktuellen klamm bausteine der kopie und einmal die rückseite bei uns sind eigentlich alle tiger in der vorderstellung drin die wir bekommen haben das ist meiner offiziell ein tiger ist noch übrig also wer einen tiger noch haben will soll sich bei uns das melden kostet 500 549 euro sind oder 559 aber ich glaube eher 549 weil man ja im aufruf das gehabt haben umso mehr umso günstiger wird das ganze und 549 ein tiger noch verfügbar aber bitte per mail genau auf unserer homepage www.router toys.de seht ihr das ganze und ich werde kein live aufbau video machen aber es kommt noch ein beziehungsweise wir haben ja zeit wir haben zeit jetzt muss ich mal schauen wie das ganze ding hier aufgeht wir packen das teil gleich noch aus weil ich neugierig bin oh mein gott und der inhalt sind vier kartons also nochmal vier einzelne kartons und ich werde euch oh mein gott das ding ist schwer karton nummer eins ist die unterwanne schauen wir uns jetzt alles schön an karton nummer zwei ist der aufbau der unterwanne inklusive ist der motor schon drin motor sehe ich kein aber fahrer und funker sind schon mit drin feuerlöscher ist auch schon eingebaut schachtel nummer drei die größere von allen was wird sich hinter schachtel nummer drei verbirgen bergen der restliche aufbau der wanne inklusive ja so wie es aussieht ist sehr wahrscheinlich der motor schon mit dabei und allizierte gegenstände im endeffekt ist der tiger untenrum fertig das heißt der vierte karton wird wahrscheinlich nur der turm sein in anführungsstrichen nur aber ja was haben wir hier noch nichts nur weißer karton also gesagt es wird kein direktes aufbau video geben wie es mit der titanik mal gemacht habe weil ich nicht weiß wie ich dazu kommt wie schnell das ganze geht und so weiter aber ich werde euch immer am laufenden halten mit den bauschritten den ich fertig habe soweit wie es bisher ist wie es mir gefällt wie die teile sind und ja also immer am laufenden mit dem tiger 1131 aus dem tank museum also gesagt auslieferung war am montag heute ist zu uns gekommen heute am mittwoch und ja ich weiß es gibt leute die haben den vorab schon bekommen ich weiß nicht wie es funktioniert entweder weil sie großhändler sind oder einen riesigen youtube kanal schon haben wo natürlich zugleich zusätzliche werbung für kopie ist oder die haben es einfach damals über das tank museum bestellt weil die haben es ja früher gekommen bei das ganze ich weiß nicht ob es bei dem jetzt auch ist aber das tank museum hatte so ein vorab release von dem tiger was dann auch der erlös dem museum selber zugute kommt dass die die fahrzeuge immer wieder in stand halten können aber ich für meinen teil ich bin happy ich habe mich ein tiger den einen von tamira im maßstab 1 zu 16 und ein oschi aus russland bin also tiger 1 maßstab 1 zu 6 das ding ist jetzt dann so zwischendrin und ich freue mich schon zum zusammenbauen also ihr werdet noch mehr von mir hören was den tiger betrifft und hoffentlich auch bald wieder was was die anderen sachen betrifft die wir bekommen es kommt nämlich weihnachten der herbst ist da wir haben drachen für euch leider auch nicht online verfügbar es tut mir leid also nur im lagengeschäft aber kommt einfach vorbei wenn ihr das weg ist es ist nicht das erste mal dass wirklich leute die im urlaub fahren zu uns an die tankstelle in ruschdorf kommen und sagen das ist die tankstelle aus youtube das sind die von ruderteus das ist cool und auch wenn man sich nur ein kleines ding mit nimmt uns freut euch freut wir alle sind happy von daher ich freue mich auf heute abend zum zusammenbauen und vielleicht gibt es auch dann das erste feedback video schon von der ersten schachtel wie das ganze abläuft also ich bin wirklich neugierig wie die jungs die stabilität in das ganze rein bekommen weil ich meine es ist jetzt schon groß und es ist eigentlich eine wanne also ihr wisst worauf ich hinaus will aber die werden schon wissen was sie machen ich freue mich ich wünsche euch jetzt noch einen schönen tag oder schönen abend dann immer auch zusätzlich macht es gut tschüss euer bernhard von ruderteus